Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu Seven Days to Die. So, wir haben Tag 13, Jasmin ist mit dabei und Jasmin möchte gerne mein Freund werden. Oh, das ging jetzt aber schnell. Das war irgendwie so ziemlich zeitgleich. So, damit ist Jasmin unser Freund. Wir haben nicht viel Munition, wir haben jetzt 486 9mm Patronen, 27 Magnet und 170 7.62er. 284 Schrotflinten Patronen. Es wäre vielleicht von Vorteil, wenn einer von uns, höchstwahrscheinlich bin ich das, nochmal looten geht. Ey, wir müssen eigentlich erstmal um die Steinmauer machen und dann... Ich will mal kurz beim Nachbarn gucken. Eigentlich, der Loot müsste ja schon lange wieder da sein. Ich weiß gar nicht, warum der... Warst du das? Ja. Was? Dieses sinnlose Rumgestöhne, als ob du was tun würdest. Oh, in dem einen Schrank ist was drinne. Ein Mais. Wir sind gerettet. Der Blutbohr stellt keine Gefahr mehr dar. Wir hätten noch zusammen gehen können. Ne, ich bin jetzt nur hier in dieser, äh... Aber hier ist nix. Wo bist du denn? Da unten. Das sieht man gar nicht. In der Küche warst du. Ja. Das sieht man gar nicht. Das fällt gar nicht auf. Ich habe was im Schrank versteckt. Äh... Das ist ziemlich erledigt. Ich könnte die Heizkörper mal mitnehmen, oder? Ja, mal wollte ich auch gerade machen. Ich habe ja jetzt so einen wunderschönen Schraubenschlüssel. Oh. Und ich habe Doors. Das ist ein bisschen länger wie mit dem anderen. Äh... Ich habe Doors und nix zu trinken. Ich muss gleich nochmal rüber. Aber daran soll es ja nicht scheitern, ne? Ne. Ist ja kein Haufen, ne? Das Schöne ist, Heizkörper sind hier viele drin. Schade, dass die nicht neu spawnen. Da war ich. So, ich hole mir einmal kurz was zu Sibbel. Jetzt kann ich, wo du bist. Äh, bei uns kurz trinken holen. Warst du oben schon überall? Ja. Also hier ist die Luft rein. Ja, ich war überall und nirgendwo. Äh, bitte. Aber ich höre da was kommen. Wo denn hier? Ne, ne, ne. Richtung meinen zukünftigen Bunker. Aber ich sehe nix. Ich sehe nix. Ist das so laut hier drin? Ich will hier die Geländer einmal abbauen. Ja. Ja gut, da könnten die sich draufstellen und von dort aus wieder runter, äh, rüber springen. Ja, ich habe aber kaum, äh, Dings hier. Kompetenz. Haha. Äh. Kaum Ausdauer. So. Wolltest du die alle wegnehmen, ja, ne? Deine Axt ist kaputt. Ja, und ich habe keinen Stein. Ah! Hier. Hier fehlt ein Stein. Ja, ich habe alles, äh, danke. Alles verbraten. Also zum Blutmond hin schuldest du mir inklusive Zinsen 124 Steine. Ach ja? Ja. Dann darfst du nicht mehr in mein Haus kommen. Ich glaube... Hey, das haben wir zusammen gefunden. Aber ich habe es schick gemacht. Ich glaube nicht, dass da noch einer rüberkommt. Nee, ne? Nee. Also höchstens, man könnte von hier oben springen, aber ich glaube, so schlau sind die nicht. Also die springen jetzt, ne? Hm, weil ich so... Ah. Ah, das ist hier aus Holz. Das geht doch schnell ab und kehr. Äh, Schreierin? Nee. Mach keinen Scheiß. Mach die tot. Ich muss hier erst mal treffen. Ich sehe halt gar nicht, ob meine Pfeile überhaupt da hinkommen. Oh nein, sie ist in mein Loch gefallen. Ja, dann schreit sie wenigstens nicht. Nee, aber die macht alles kaputt. Oh nein. So, das war's mit ihr. Äh, wie komme ich hier raus? Echt? Hast du sie erschossen? Erschlagen. Und sie hat noch nicht geschrien. Alles cool. Ah, und ich bin runtergesprungen. Toll. Ja, dann lass doch erst mal losgehen. Muni suchen. Ich wollte oben die Dinger abmachen. Ach so, ja gut. Oben die Dinger wollte ich... Ich sterbe bestimmt. Auf jeden Fall brauchen wir Stein. Das liegt im Bereich des Kunstlichen. Komm. Ja, ja. Komme. Und wo willst du jetzt hin? Äh, gucken welche Häuser wieder loot haben. Ja, geh mal vor. Ein Stück. Gleich hier vorne vielleicht das Haus. Da, die Bruchbude. Da war ich mit als erstes drin. Aha. Vielleicht sind ja hier wieder irgendwelche Leute vorbeigekommen. Eier, Eier. Da haben ich Sachen liegen lassen. Oh, eine Feder. Hast du hier so ein Loch gemacht? Also die Toilette ist unberührt. Oh, ich hab einen Punkt. Hast du hier diese ganzen Löcher gemacht? Nee. Oh, wo bist du denn? Lauf mal nicht immer weg. Was wollte ich, äh, leveln? Bist du im Haus? Nee. Wäre praktisch, aber das ist nicht. Wo bist du denn? Äh, Toilette. Also im Haus. Äh, hab ich noch nicht drin. Da. Hm. Da unten bist du. Was haben wir denn hier? Eine Küche. Die ist leer. Bist du oben drauf? Jo. Das ist ja eine Wucht. Blei? Oh, hier gibt's noch einen Gang, ne? Einen unterirdischen? Nee, hier oben. Okay. Wusstest du das nicht? Ich glaube nicht. Du musst doch dann hochkommen. Ah. Na, du alte Nebelkrähe. Da hab ich dich doch erwischt, doch. Oh, und Wandfresur hab ich denn Dietrich? Nö. Natürlich nicht. Ja, nee, 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 nee. Das ist mir jetzt zu aufwendig. Da geht's nur noch draußen. Ich hab hier noch eine Mülltonne. Bildsporen. Sehr schön. Ich hab gar kein Wasser mit, ey. Oh. Trübes Wasser. Du hast ja die Hellmott nicht, ne? Was für eine Hellmott? Wo du trübes Wasser trinken kannst, ohne Probleme. Keine Ahnung. Aber ich krieg ja keinen Durchfall. Wo ist denn jetzt hier wer? Ah! Wo kommen die her? Da. Jasmin, da. Da auf dem Boden. Siehst du's? Da ist sie. Ja, ja, hier. Hier ist ein Gang. Guck mal. Da bin ich gerade hochgekommen. Hä? Ja. Hier? Ja. Okay. Nur eine Treppe nach unten. Gut. Wollen wir mal zum Big Garrison gehen? Machst du hier schon überall? Ja. Zu wem wollen wir gehen? Big Garrison. Wo ist der? Äh, Richtung Süden. Und du? Wo bist du? Okay. Ich hoffe, du hast deine sieben Sachen beisammen. Hast du, äh, trinken? Äh, ein trübes Wasser kann ich dir geben. Oder? Okay. Nee, bringt nix. Ich kann dir auch zwei Trübel Wasser geben. Das sind denn 16, äh, Wasser. Ey, hier ist ein Hund. Ist er bei dir? Ja. Und er hält wieder 1000 Schläge aus. Was ist das? Ja, 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 ja. Was? Ich habe meine Stufe 5 Axt. Yeah. Ja. Dann kannst du dich ja demnächst um die Hunde kümmern. Langsam macht das Spiel wieder Spaß. Geil. Hier, guck mal. Guck mal. Ja, nice. Ist doch, das sieht doch cool aus. Guck mal, was ich habe. Äh, hä? Ja, ich habe, muss aber nichts dafür tun. Hast du die gefunden? Ja. Und die habe ich gekauft. Qual, ne? Stufe 4, Spitzhacke. Ja, ich nicht. Das kann ich nicht kaufen. 5000? Ich glaube, hier ist alles zu. Da müssen wir uns reinarbeiten. Aber der... Da ist einer. Da ist nur der dicke Bob. Bob. Hallo, Bob. Hallo, Bob. Zack. Zack, hallo, Bob. Äh. Junge, der war aber ganz schön schnell. Absolut zerstimmelt. Wieso hat der... Hier, ich habe einen Dietrich gekriegt. Was machst du denn? Ich habe hier eine HP-Anzeige. Hä, das habe ich schon immer. Von 1000? Ja, von immer. Ich höre hier was, aber das ist deins. Nee, ich, äh, will hier was abbauen. Die sind sehr robust, ne? Oh Gott. Nützt ja alles nix, ne? Ja, Jasmin. Da müssen wir diese 5000 HP-Dür einmal einschlagen, nö. Stehst du, Schmiere? Nö. Hey, nicht, dass keiner die Polizei ruft. Oh Gott, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das war laut. Ja, das war ich doch. Keiner hat mich gekriegt. Nö, wieso nimmst du denn das Fass hier nicht mit? War in beiden was drin, ne? Immer. Ich habe einen Dietrich. Kannst du die Tür aufschließen? Keine Ahnung. Zeig mal deine Langfinger-Fertigkeiten. Oh, ich habe schon wieder Torst. Wie geht denn das nochmal? Achso, ja gut. Die Türen können wir nicht aufknacken. Okay. Schließt sie da mit der Waffe in Anschlag. Ey, ich brauche dringend. Ich habe null Ausdauer. Oh, 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 warte mal. Oh, 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 warte mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da kommt ein Vogel. Der ist schon tot. Hier sind die Vögel. Achso, wir müssen uns hier leise reinschleichen. Weil es der Nachtwächter noch da ist. Steinpfeiler kann ich auch nicht machen. Ich habe hier schlimme Musik. Geil. Und ich habe die blöden Vögel. Ich habe mal eine Schießscharte gebaut. Juckt ihn gar nicht. Was bist du denn? Boah, das war so geil. Wir haben den so gut gesandwiched, Jasmin. Der hatte keine Chance. Der konnte sich gar nicht entscheiden, wen er von uns beiden angreifen will. Hier ist nix. Aha. Da komme ich doch so gar nicht rein. Der muss er mal hier abbauen. Das ging aber schnell. Möchtest du trübes Wasser? Ja, irgendwas brauche ich jetzt bei... Ich komme sonst hier nicht voran. Ich halte Durchfall. Ja, ich weiß. Ich hätte mir ein Thema an können. Hier ist verschlossen, aber hier scheint guter Loot hinter zu sein. Ja, jetzt warte mal einen Moment hier. Hier haben wir auch eine Kiste. Oh, hier ist offen. Ürbissamen. Aloe Vera. Sechs Chetons und zwei Pilzsporen. Blei. Das sieht so ruhig aus hier drin. Ich trau dem Frieden nicht. Ja. Da geht's nach oben. Kleber. Rechtsand. Uff. Äh. Oh, Robotik-Teile. Geil. Oh, hier. Waffen sind... Hier, guck mal. Komm ich nicht ran. Ja, ich würde einmal die Regale hier vorher abklappern. Ich bin schon einig übernommen. Das steht in die Frisur und wir haben keinen Dietrich mehr. Was steht wo? Ein Frisur. Ne, da eben. Hier drinne. Ist das nicht... Hä, nein. Die andere Seite. Hier sind Kisten drinne. Ja, ja. Oh, die Tür kaputt. Gebt dir doch mal mehr Mühe. Würde ich ja gerne. Ha, ha, ha. Oh. Nein, Dietrich. Ich habe gehofft, dass ich hier trinken würde. Ich kann nicht. Aber ich habe noch kein Trinken gefunden. Okay. Versuch es nochmal. Mit vereinten Kräften. Oh, ich habe einen Tee gefunden. Hm. Minze. Jasmin, die Tür, die Unstand halten kann, muss erst noch gebaut werden. Gib nicht auf. Gib alles. Lust, die hat kaum noch Kraft. Ich gebe mich geschlagen. Wir kriegen die Tür nicht kaputt. Wir geben auf. Ich will zuerst. hinter dir, hinter dir, hinter dir. Toll, Patrick. Danke. Danke. Ich bin richtig stolz auf dich, dass ich wegen dir wieder draufgehe. Ich gehe auf. Danke, danke. Wenn wir sterben, dann gemeinsam. Ich wusste es, ey. Vielleicht komme ich noch weg. Au. Nein. 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 Ja. Nein. Ich wollte doch schnell meinen Verband nehmen. Weißt du, was du absolut nicht bedacht hast, als du so egoistisch in diesen Raum gelaufen bist? Bei Hauptglut gibt es immer viele Gegner. Die waren ja nicht mal da eben. Nee, aber die kommen ja dann immer um die Ecke. Okay, wo bist du denn? Bist du schon da? Warte mal, ich muss wieder zurück, ey. Ey, wieso sind wir denn da hinten durch? Warum sind wir denn nicht vorne durch? Ach, da muss ich hin. Äh, vorne ist ja auch zu. Ja, warte auf mich. Äh, du bist... Nein, alles gut. Hier, hier. Ja, ich will ja zu dir. Ja, komm. Warte, warte, warte. Einmal Ausdauer tanken. Mist, ey. Aber die waren ja erst nicht da und ich war voll gefangen. Nee, die sind von oben runtergefallen. Und du hast den in dem Türrahmen da nicht weggekriegt. Und deswegen kam ich auch nicht durch. Na gut, sie geht einfach rein. Okay, lass uns diesmal draußen campen. Oh, ich hab gar keine Pfeile. Hä? Draußen meinte ich eigentlich auf dem Fahrplatz. Ach so. Ah, ich gehe. Nimm ihn doch mit. Ich hab hier auch eine. Was, draußen? So ein Mischtück. Drin ist die Action. Fertig? Ja. Nur dem Polizisten. Ich hab keine Pfeile. Ja, und mein Rucksack muss ich mal holen. Okay, ich hab Pfeile. Eigentlich nicht. Wo ist denn mein Rucksack? Boah. Das war aber frech. Alter, sieht das aus. Wie, der ist... Hä, mein Rucksack ist da? Ist der nicht hier gewesen? Okay, Achtung. Er platzt. Eieieieiei. Das sah ja gemeingefährlich aus. Ah ja, genau. Sie plündert die Waffenkiste. So. Was haben wir denn hier noch? Äh. Kannst du ja erstmal gucken, ob du das brauchst. Guck grad die andere Kiste an. Hm. Okay. Oh, was ist das denn? War die offen, die Kiste? Wegen dem Ticken vielleicht. Wo bist du denn? Ich bin hochgegangen. Die, äh, Leiter. Oh, ich dachte, hier wär was. So. Was haben wir denn hier? Da ist noch Müll. Aula, Müll. Mit fünf Schittungs. Aber wenn die da runtergekommen sind, wieso sind die nicht schon im Laden gekommen? Hier ist noch eine Treppe. Ja, genau. Ja. Oh. Oh. Sind wir einmal rumgegangen oder nicht? Ach so, ja, genau. Hier. Hä? Nee. Äh, der Schrank ist was für dich, der Unterschrank? Ja, ein Tresor, der noch befüllt ist. Warte, ich hab doch noch einen Dietrich, hab ich doch. Aja, ja, 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 ja. Zeig mal, was du drauf hast, du Panzerknacker. Wie geht denn das? Äh, E gedrückt halten. Und dann auf das Schloss. Okay. Hat nicht geklappt, ja? Ja, nicht ganz, ne? Ist ja kein Problem. Da hauen wir den kaputt. Machen wir traditionell. Wie in den 90er. Wolltest du da reingucken? Nee, mach mal. Äh, ich bin jetzt zwölf überladen. Ich fünf. Und damit auch voll. Okay. Oh, frübes Wasser. Ja. Ein Rohr. Jasmin, ich hab ein dickes Rohr. Ja, so eine Feder. Frei. Ah, gestrückt. Hä? Ach so. Hä? Warten. Du hast durchs Regal gegriffen. Oh, Bücher. Micha? Bücher. So viele Bücher. Aber nicht das, was ich haben will. Hm. Ein Teousa, zwei Mikrowellen. Hier sind überall so Durchgänge nach unten. Bleib mal hier bei mir in der Nähe. Ah, ich bin unten im Laden. Schuhe unberührt. Gott, oh Gott. Hm. Wieder oben? Kühlbox unberührt. Ja, meine Time können wir wieder rausgehen. Jo. Wo bist du da? Wir können ja nebenan nochmal reingucken. Wo wir schon mal hier sind, ja? Wenn du mal auf mich warten würdest. Ja. Hier bist du soweit. Ist die Luft rein? Schon drin. Nee, da liegt ein Polizist. Ich geh rechts lang. Ich hab keine Pfeile. Da liegt ein Polizist. Geh raus. Au. Miese Sau. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Die Tür ist ja offen. Wieso ist die Tür jetzt offen? Es ist so frech. Und ein Vogel. Was ist denn hier los? Alter, was ist das für eine Gegend? Wieso bin ich immer so schnell verwundet? Das überlebe ich. Bist du verwundet? Ja, ja. Aber ich überlebe es. Deswegen stöhnst du so. Äh, nee, nee. Das ist, weil ich, äh, ich musste kacken. Ey, was ist das für eine schlimme Gegend? Vor allem, wieso ist die Tür hier auf? Die war doch zu vorhin, oder? Ich kletter noch durchs Fenster nach draußen. Und dann kommt er da raus und semmelt mir ein paar. Hast du das gesehen? Unerhört. Unerhört, sag ich dir. Aber hier ist nix, ne? Nee. Aber weißt du, was ich von der Tür halte? So. Du alter Randallierer. Du Querschläger, du. Und jetzt? Ja. Wollen wir erst die Tasche leer machen? Oder wollen wir erst noch ein bisschen, äh, gucken? Wegen Munition. Hm. Wollen wir noch mal ein paar Beine? Ein paar Beine? Beine. Ein paar Beine. Na gut. Äh, gucken wir mal. Vom Bauer Bob hättest du vorhin eins mitnehmen können. Hm. Ah, ich hab auch... Ach so, du bist auf der anderen Straßenseite. Aber du kommst alleine zurecht, ne? Nö. Ja, keine Ausdauer. Ja, warte, ich komm rüber. Aber ich glaub, da war der Loot nicht so gut. Hier sind aber Steine. Wie viele Federn hast du? Federn. Zwei. Zwei Federn. Ja, der Überraschungsmoment ist vorbei, ne? Aber das haben wir gleich. Hinterrücks in den Rücken. Ein Igel. Guck mal, Jasmin. Ich hab mir Igel gebastelt. Hm. Oh, das sieht so toll aus. Alles so gut gemacht, Patrick. Alles so gut gemacht. Du bist ein Idiot. Hm. Hm. So. Ein bisschen Blei. Wie komm ich denn da runter am besten? Ö, ö, ö. Weg. Okay. Au. Ein Leiter. Ich bin möglicherweise in einer Mine, wo ich so schnell nicht mehr rauskomme. Was heißt? Ich. Also. Ja? Ich bin hier unten. Willst du mitkommen? Ich bin doch grad hier. Wo ist denn hier? Na hier. Ich seh dich nicht. Hm. Hä? Wo? War einfach, wo der Dings ist. Du bist jetzt gegenüber hingegangen. Ja. Na gut. Ich geh alleine durch die Mine. Wo bist du denn? In der Mine. Welcher Mine? Ja, wenn du in dieses große braune Gebäude gehst, da ist außen eine Treppe. Nee. Doch. Ich muss meine Sachen gleich erstmal wegbringen. Du lässt mich zurück? Nein, ich bin noch oben. Achso. Also kommst du mit rein? Nein. Also lässt du mich zurück, weil ich komm hier grad nicht raus. Ja, wieso? Hä? Und was soll ich dann da drinnen? Mit mir den Weg nach draußen suchen? Genau. Ich komm mit dir jetzt da rein, bring mich wieder in Gefahr. Jasmin. Geh doch einfach den Weg wieder zurück. Da hab ich dich schon einmal in Gefahr gebracht. Mehrmals. Ne, siehste. Dann komm doch mit rein. Nö. Du bist da alleine reingekommen, also kommst du da auch alleine wieder raus. Ich warte auf den Trecker. Ja, äh. Cool. Dann werde ich mal den Weg suchen, wa? Ey, wieso gehst du nicht einfach wieder zurück? Weil ich nicht zurückkomme. Das wäre ja langweilig. Warum? Da ist ja die Action raus. Ich opfer mich jetzt für die Fans. Ah, dann such mal. Die mich scheitern sehen wollen. Aber ich werde ihnen beweisen, dass ich nicht scheitere. Hast du das gehört? Eich. Ich bin voll. Ich muss nach Hause. Ich kann gar nichts mehr mitnehmen. Nischt. Ich, äh, bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass ich hier alleine bin. Wann passieren bei den Zombies? Da ist mein Zuhause. Ich müsste mal meine Sachen wegmachen. Ich warte jetzt, bis du vielleicht irgendwann kommst. Ich habe das Gefühl, mich kommst. Oh, Gott. Was ist das? Hör auf zu krabbeln. Bist du Spider-Man? Ich bin Spooderman. Ah, ich kann den Müll nicht mitnehmen. Mh. Nein. Ja. Welcher Weg ist jetzt besser? Ah, reingefallen. Ich habe mich gar nicht erschrocken. Mh. Also, beim Letzten nicht. Naja. Scheiße. Oh, grober Schrot. Mh. Äh, da muss ich hier einmal ein bisschen sortieren. Äh, äh, äh. Okay, das passt. Ja, ein Jammer für den, der meinte, er muss hier nicht mit runterkommen, ne? Ja, macht ja nix. Gewährt zwei Beinmutter. Ach, scheiße. Die kann ich nirgendwo anbauen. Ich habe auch nirgends mehr Platz. Gar nix. Mh, ja. Äh. Okay. Ähm. Dann habe ich hier noch einen Haufen Munition. Ja, ich kann den. Den ich nicht einstecken kann. Äh, kleinen Moment. So. Shotgun, Messias. Eine versiegelte Versandkiste. Äh, verborgener Vorra... Oh. Ja, ist nahhaft. Äh. Das brauche ich. Autoteilekiste. Ich glaube, ich habe den Weg schon rausgefunden aus dem Labyrinth. Ja. Ja, dann müssen wir einmal die Sachen wegbringen, würde ich sagen, wa? Warte, ich muss kurz horchen, wie viele das sind. Klingt nach einem. Du bist nur einer. Du bist nur einer. Äh. Ich hacke hier Steine. Ich brauche Steine. Du hast mich zurückgelassen? Ne, ich bin nur ein bisschen weitergegangen. Ein bisschen? Ian, du bist ja fast zu Hause. Ah, Jasmin, da bin ich aber ein bisschen enttäuscht, ne? Das ist ein... War doch nicht weit weg da. ...herber Stich in meinem Herzen. Das muss ich dir schon lassen. Oh, Gammelfleisch. Oh, ich habe keine Ausdauer. Kommst du zu mir? Äh, ja. Ja, gut, Nitratpro... Ah, warte, 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 warte. He, he. Tada. Jasmin. Hm? Oh, über dir kreist ein Geier. Ja, ja, schon die ganze Zeit. Oh, Schlagloch. So, wollen wir erst mal das wegbringen? Ja. Ich fahre schon mal vor, ne? Hä? Ich sollte auf dich warten und du fährst vor? Du bist die gleiche Strecke vorgegangen, die ich jetzt vorgefahren bin. Ich hänge in einem von deinen verdammten Löchern hier fest. Das kann nicht wahr sein. Die und ihre scheiß Löcher. Ja, ich finde, es war mir so gut. Da hängt ein Fahrrad. Ja, das ist meins. Mein schönes Fahrrad. Draußen, wehrlos, alleine, ausgesetzt. So. Oh, ups. Falscher Knopf. Ähm. Stufe 3. So. Dann wollen wir das einmal verändern. Und dann kommt das da rein. Und das da rein, weil es geht. So. Ich hab nur sieben Federn, ey. Das ist ja gar nichts. Du hast ein Stufe, äh... Fünf Maschinengewehr, ne? Hm. So. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich weg. Ähm. Können wir hier nochmal drauf machen, da. Ich muss erst. So. Benutzt keine Sau, aber jetzt haben wir es aufgewertet. Hm. Hm. Was ist das? Das. Da, 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 da. Das. Unten, unten, unten. So. Jetzt noch einmal für den grimmigen Händler. So. Ähm. Das ist wieder unten. Messing und... So, mein Eisen ist im Fahrrad, ne? So, mein Eisen ist im Fahrrad, ne? Äh. Ah, soll er damit anfangen? So. Da, da, da. Da, 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 da. So. 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 Ach, für Zement haben wir noch gar keinen Stauraum, ne? Doch. Hast du tatsächlich schon gemacht. Robotikteile. Wo habe ich denn die anderen hängen? Ah, hier. Und Rüstung. Hier kann alles drinne bleiben. So. Ich hole mal mein Fahrrad, ne? Was in deinem kleinen Schlagloch da liegt. Mhm. Weil mir das Fahrrad zu schwer ist, um es hochzuheben, weil es so vollbepackt ist, steck manchmal leer und packst mir eine Hosentasche zu dem anderen Kram, den ich sonst nicht hochkriege, ne? Oh, Vitamine. Vitamine und Naschen. So. Hier unten kommt jetzt noch ein Messing. So. Das sieht doch schon mal schön aus. Jasmin, schön sieht das aus. Schön. Der passt nicht. Und... Haben wir eigentlich Reparaturkits? Äh, ich hab drei. Aber unten in den Kisten haben wir keine. Alle gefunden. Und unten. Haben Sie den Tof oder was? Hä? Wo hab ich denn jetzt da? Okay, also ein Reparatur-Kit. Was brauche ich noch mal dafür? Reparatur-Kit. Benötigt geschmiedetes Eisen und Klebeband. Oh. Hey, wo ist unser Klebeband? Jasmin. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. So, dann brauchen wir erstmal Klebeband. Um danach eine Reparatur-Kit dazustellen. Reparatur-Hunger. So. Und. Müssen wir nebenbei schon mal ein bisschen was machen, ne? Oh, Jasmin. Äh, baue ich weiter? Ne, ich suche erstmal weiter. Ich brauche noch Forge-Head für den Zementmischer. Der benötigt. Immer noch 13 Bücher. Ich bin 13 Tage hier und brauche noch 13 Bücher, Jasmin. Um 13 Uhr 13. Am 13. Hinten. Hm. Zweiten. Äh. Ob ich treffe? Hm, nicht. Hm, Rezepte. Ich möchte gerne drei Wasser kochen. Äh, so. Na, Jasmin, bist du wieder im Keller? Hm. Weil ich mal zu dir runterkommen. Was ist denn da? Das Wichtigste überhaupt hier. Trinken. Kacken. Was war das für ein Geräusch? Hm. So, aber wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde sogar drüber. Ja, würde ich sagen, wir verabschieden uns von heute. Oder für heute. Wir verabschieden uns von heute für heute. Und sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. 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 Gotcha. Wie. Das, ihr wisst. Wie. Vielen Dank.